Timo Müller hat eine Literaturliste von seinem Dozenten bekommen. Er sucht nach den Titeln im UB-Katalog. Bei einem Titel ist er unsicher, wie er suchen soll. Schauen wir uns das Zitat mal genauer an. Es handelt sich hierbei um einen Aufsatz aus einer Zeitschrift. Der Aufsatz heißt »Lebensrettende Freundschaft« und wurde von Katrin Manns in der Zeitschrift »Praxis Deutsch« veröffentlicht. Und zwar 2013 im Band 40, Heft 240. Innerhalb des Heftes 240 ist der Aufsatz auf den Seiten 31 bis 34 zu finden. Ob es sich bei einer Literaturangabe um einen Aufsatz aus einer Zeitschrift handelt, erkennt man also an den Angaben Band, Heft und Seitenzahl, die häufig durch ein Innen eingeleitet werden. Timo sucht die Zeitschrift nun im Katalog. Dabei gibt er den Titel der Zeitschrift ein, denn nur der ist dem Katalog sicher nachgewiesen. Und zwar tippt er nur den Zeitschriftentitel ein und nicht etwa noch zusätzliche Angaben zum Aufsatz. Über die freie Suche bekommt Timo aber viel zu viele Treffer. Er beschränkt die Suche deshalb auf den Dokumenttyp »Zeitschrift« und verwendet das Suchfeld genauer Titel. Nun hat er die Zeitschrift im Katalog gefunden. Da er wissen will, wo sich die Zeitschrift im Bestand der UB befindet, ist nur die Trefferliste Kataloge relevant. In der Einzeltrefferanzeige überprüft Timo, ob der gemünschte Jahrgang 40 aus dem Jahr 2013 an der UB vorhanden ist. 33.2006 bis bedeutet, dass sich die Zeitschrift von 2006 bis heute in der Bibliothek befindet, also auch das gesuchte Jahr 2013. Anhand der ersten Ziffern der Signatur kann Timo auf einen Blick erkennen, in welcher Bibliothek die Zeitschrift steht. Zwei-stellige Zahlen kennzeichnen in der Regel den Standort Zentralbibliothek. Drei-stellige Zahlen weisen darauf hin, dass sich die Zeitschrift in einer Teilbibliothek befindet. Im Wegweiser stehen weitere Informationen zum Standort. Hier findet man auch den Lageplan. Timos Aufsatz steht bei den Zeitschriften Bänden. Bei den Zeitschriften Heften würde er die ungebundenen Hefte des laufenden Jahres finden. Damit Timo die Zeitschrift in der Bibliothek findet, notiert er sich die Signatur. Mithilfe der Signatur findet Timo im Lesesaal den Band 40 von Praxis Deutsch. Er blättert zum Heft mit der Nummer 240 und findet auf den Seiten 31 bis 34 den gewünschten Aufsatz. Er kann den Aufsatz nun kopieren, einscannen und auf einem USB-Stick abspeichern oder direkt vor Ort lesen. Noch Fragen? Dann lassen Sie sich an unserer Infotheke beraten.